Hallo und willkommen beim ersten Boss aus dem zweiten Akt auf den Schwierigkeitsgrad Inferno. Wir haben hier ein Dreier-Setup, also wir verwenden einen Barbar und einen Monk. Allein aus der Symbiose Gründe her, weil diese sich sehr gut gegenseitig buffen, von den Resistenzwerten und vom Armor und zum Schaden machen, haben wir einen Zauberer dabei. Und das geht auch direkt gleich los. Wir sehen nun die erste Fähigkeit, das Kraftfeld von ihren. Denn sobald dieses gewirkt wird, erscheinen gleichzeitig Ads. Die müsst ihr einfach nur töten und danach könnt ihr wieder Schaden auf den Boss machen. Wenn ihr diese Schmetterlinge seht, die bei dem Boss stehen, die verursachen nur Damage. Und der Schwarm nach vorne, den könnt ihr ausweichen, müsst ihr aber nicht, wenn ihr genug Leben besitzt. Sobald die Ads da sind, diese haben einen sehr mächtigen Schlag und solltet ihr da nicht aufpassen, so wie ich gerade oder sollten ihr jetzt nicht gestunnt werden, kann es leicht passieren, dass ihr mit einem Schlag down geht. Wenn dies geschieht, sollte der zweite Tank versuchen, den Boss einfach von eurer Leiche wegzuziehen, damit dann euer dritter Mitspieler euch wieder beleben kann. Unser Zauberer passt jetzt nun kurzzeitig nicht auf und denkt sich, okay, sie stirbt jetzt, bevor der Schwarm ihn erreicht. Dies war eine kleine Fehlenschätzung und er stirbt, aber der Boss ist schon so low, dass wir ihn auch so noch besiegen können. Das war eine kleine Fehlenschätzung und erinnert, dass wir ihn auch so haben, Vielen Dank.